Ich weiß es nicht. Das nächste Mal komme ich, ja. Er hat recht. Er hat absolut recht. Aber so ist das Fernsehen. Du hast recht. Und ich bin dir dankbar, dass das ausspricht. So ist das Fernsehen. Ich habe gesagt, genau gleich viel Zeit für beide Pornostars. Wirklich wahr. Alles Gute, mein Lieber. Das ist schön, das ist schön. Wohl, freundlich. Morgen Abend. Diana Amst und Karoline Herford aus dem neuen Film. Mädchen, Mädchen. Und Felix Köppel, meine Damen. Der Hausmeister aus Hot. Danke Ihnen, gute Nacht, bis morgen. Tschüss.